Das ist ein Tor für den HC Amri Piotta. 16 Sekunden hat es nur gedauert und Richard Park ist auch für das nächste Powerplay-Tor der Leventiner zuständig. Und dann Grassi. Apparler Tor! Der Treffer von Elias Bianchi, das erste Saisontor. Und jetzt hat sie zugeschlagen, diese Tessiner-Linie. Und dann tatsächlich das Tor! Daniel Steiner mit dem 3 zu 0 und der Unmut der Lausanne verständlich in dieser Szene. Da ist er wieder, Ganaway. Und er trifft in Überzahl. Colby Ganaway, 1 zu 3. Absolut offener Schlagabtausch im Moment. Das ist wieder Steiner. Das ist wieder Reichert. Das ist Reichert und das ist das Tor! In diesem Powerplay. Sonst sieht es düster aus. Setzinger auf Ganaway. Wieder Setzinger, Tor! Herrliches Tor! Von Oliver Setzinger. Und wieder ein Powerplay. Diese Sekunde wird noch gespielt. Und dann ist es vollbracht. Vierter Sieg. Nein, immer noch nicht. Doch, jetzt ist es vorbei. Also, Feierabend in der Partie Noire de Malle. Der HC Ambri Piotta siegt in Lausanne mit 4 zu 2. Bis zum nächsten Mal.